Die Brigitte Reimann Stadtbibliothek in Hoyerswerda muss kurzzeitig geschlossen werden. So steht die Einrichtung in der Woche vom 25. bis 30. Juli nicht für die Ausleihe von Medien zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung des Hauses. Hintergrund sind Umbauarbeiten, bei denen neue rollbare Regale in der unteren Etage installiert werden.